Was ist denn hier los? Wir filmen schon. Oh, äh, hallo, ich bin Dina und ich werde euch heute ein Museum zeigen. Stell dich nicht so an, wir filmen schon, erklär jetzt. Tut mal leid, ich werde euch heute die Bilder zeigen. Und hier ist ein sehr, sehr schönes Bild. Dann ist hier noch ein schönes Bild. Die ganzen Bilder da sind richtig schön. Hallihallo, jetzt stelle ich euch hier dieses schöne Kunstwerk vor. Also diese Figuren, die sind halt richtig gut gemacht und das war sehr, sehr schwer. Hallo Lena, bist du dran? Ja. Sag mal, hast du das tolle Bergwerk hier gesehen? In der zweiten Etage? Nee, noch nicht. Na dann, lass uns mal treffen in der zweiten Etage. Bis gleich. Bis gleich. Los Lena, lass uns sofort ins Bergwerk gehen. Ja. Komm. Das ist ja echt gruselig. Das stimmt. Lasst uns lieber wieder hier rausgehen. Okay. Tschüssli, Müsli.